Der Friedreich ist gekommen, die Kraft ist gekommen, um zu verherrlichen seinen Namen. Es geht nicht um deinen Namen, es geht um seinen Namen. Lass mich dir einen Schlüssel geben. Wenn du ihn erhebst, mit deinem Lobreich, mit deinen Handlungen, dann wird er dich erheben. Wenn du ihn erhebst, wird er dich erheben. Wenn du ihn erhebst, wird er dich erheben. Wenn du ihn erhebst, wird er dich erheben. Jesus sagt, wenn ich erhoben werde, aufgerichtet werde, dann ziehe ich alle Menschen zu mir. Das beinhaltet dich. Wofür ist dein Mund da? Die Bibel sagt, die Früchte deiner Lippen ist, seinen Namen zu preisen. ist ihm das Opfer zu geben, das Opfer des Lobreichs zu bringen. Das Lobreichsopfer. Das Lobreichsopfer zu bringen. Das Lobreichsopfer zu bringen. Das Lobreichsopfer zu bringen. Und heilig zu rufen. Heilig. Heilig. Wenn du das tust. Wenn du dich danach fühlst oder nicht danach fühlst. An deinem schlimmen Tag. Und an deinem besten Tag. Die Früchte deiner Lippen. Ist ihm zu preisen. Ihm zu preisen. Ihm zu preisen. David hat gesagt. David hat gesagt. Ich werde den Herrn segnen. Zu allen Zeiten. Und sein Opa wird in meinem Munde sein. Sein Opa soll in meinem Munde sein. Gott mag das nicht, wenn wir Motzen und uns beschweren.